Das wundert mich jetzt auch. So, ich glaub jetzt sieht man dich auch wieder. You can view the Majini-File in the Library. Ja, irgendwie ein Getränk. Majini on the rocks. Okay. New, was ist denn hier new? Ah, ne neue Pistole. Ja, hab ich so die andere ja schon abgelehnt. Oh, ne neue. Ohne die Meifel könnte ich mir überlegen, weil ich hab noch keine. Hm. Oder gibt's ne andere? Ja, ich weiß jetzt nicht was da besser ist oder schlechter. Welche hab ich denn? Ich bin die, die du nicht hast, du hast die Drago noch. Ja. Ich kauf mal die hier, die andere. Ähm. Ich hol mir jetzt noch mehr Geld. Morgen. Morgen, nein. Ich hab genau so viel Geld hier vor. Woher? Ja. Du sollst die nicht kombinieren, du sollst die tauschen. Munition passt da doch gar nicht rein, du Döde. Okay. Kaufen können wir nix, sonst haben wir auch nix. Upgraden will ich glaub ich grad nix. Aber ich könnte Firepower upgraden für tausend. Upgraden. Den Kram konnte man nicht mehr upgraden. Dann bin ich glaub ich schon wieder. Oh, hm. Genie klingt wie so ein Zauberer, der auf Kindergeburtstagen auftritt und danach fehlen irgendwelche Werze. Ja. Hast du auf Ready geklickt? Bei mir steht, du wärst noch nicht ready. Ja. Hier steht Exit. Wie Exit. Klicke ich jetzt Yes oder No? Ich klicke mal Yes. Du willst, dass du Exit geklickt? Exit klang irgendwie, als hätte ich geklickt, dass ich aus dem Spiel raus bin. Ja, vielleicht auch jetzt. Ich seh's noch. Oh, da hab ich aber hier. Was ist mit deinem Blatt? Ja, mit ihrem Blatt. Jill und ich führten einen Mann in Daubert Wesker. Wesker. Er war ein Top-Official mit Umbrella. Der Leiter unserer Starz-Unit. Ich erinnere ihn wieder nach dem Raccoon City-Incident auf Rockford Island. Seitdem, wir haben ihn versucht, nachzudenken. Nachdem, ein paar Jahre später, wir haben ein Tipp von einer Stiftung. Die Waren der Umbrella von Oswald E. Spencer. Wir haben ihn gebeten, dass er uns nach Wesker führt. Rockford erinnert. Wasker! Kopf? Es gab nichts mehr Menschen. Sch согласobenzial Increοι. Geah wahr. Oh, 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 oh. Oh! Oh! No! Let's finish this. JILL! S.A.A. Meine Eltern waren mit einem Anfall, durch eine pharmazeutische Firma, als ich jung war. Marilla? Ja. Ich habe nur später gefunden, dass der Anfall war, um die Produktion der Biologischen Weapons für Terroristen zu machen. Wir benutzen die Afrika als Testbed für ihre Erfahrungen. Die Bioweapons wurden für die Todes von meinen Eltern verantwortlich. Und jemand muss das bezahlen. Also, du bist in der BSAA. Es gibt nur so viel, die eine Person kann machen. Selbst ein Super-Hero wie du, Chris. Ich bin kein Super-Hero. Aber zusammen... wir können das enden. Dann machen wir einen Stand für unsere fallenen Brüder. Hör auf. Ich weiß doch gar nicht, was dahinter ist. Das ist irgendwie sehr optimistisch. Riesengroßer Wasserfall. 500 Meter Sturz. Oh. So, wie spielt man das nochmal? Wenn man... äh... ...warte, nicht im Auto sitzt. So, hier ist die Waffe... Come on! So, ich muss das mal... Hä? Warum hab ich dein rotes... Äh? Warum hab ich dein rotes Movisions-Hero? Hm. Ich auch. Ach nee, ist bei dir. Das ist cool. Haben die irgendwelche Spreng-Sachen? Hm. Aber wie wär's das aber auch? Ist das... Ja, vielleicht heißt das, ich hab nichts mehr zum Nachladen. Das kannst du sagen. Oh, klar. Ich glaub auch. So, wie geht das hier? Wer bist du? Beast Slate. Pick up Beast Slate, okay. Okay. The corpse of a BSAA agent such a tragedy. His PDA has an unsung message. Schedule Report. From the evidence gathered thus far, it would appear that most of their tattoo was wiped out between the time they requested backup and the time we reached the area. One of their beacons was still transmitting an active signal, so we moved to intercept due to the possibility of supervisors and survivors. Yeah. While on route the beacons transmissions ceased. Judging by the last transmission, the beacon should be just ahead of our current position. There is a sealed door currently blocking our route, so infiltration may prove difficult. And report. Okay, the bacon is just ahead. Ich will auch mal bacon sagen, ich muss aufpassen. Da. Käfelchen. Ja, das steuerte sich ja so komisch. Ich erinnere mich. Achso, das kam gerade zukommen. Schatz. Shut tightly, don't think we can open it. Okay. Hier. 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 So, die Karte sagt, wir sollen. Aber hier mach ich die Karte nochmal auf. Hier. 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 Ich bin grad auch etwas verwirrt. Achso, mach ich die Karte auch, ohne auf dich zu gucken. Aber laut Karte müssen wir irgendwo dahin, wo ich jetzt gerade hingucke. Ja, aber... Da müssen wir vielleicht ... wohl weiter fahren? Und wir können da wieder rein. Mhm. Das ist ja komisch, du mal. Irgendwie erinnere ich mich hier dran. Habe ich das nicht gespielt? Irgendwelche Heimes? Ich glaube nicht, was hier links ist. Wir sollen irgendwo da hinten hin, aber... Hier links ja auch mal was. Naja, wahrscheinlich auf die Fresse. Switch Positions? Das machen die eher im Bett. Ey, jetzt habe ich dich so komisch anvisiert. Das wäre echt Fangun Nummer 1. Aber wie mache ich das jetzt wieder weg? Alter, bist du schnell. Ich möchte doch nicht auch mal bremsen. Das ist so komisch blurry, wenn du schnell flirrst. Das sieht voll merkwürdig aus. Ja, das ist dann wohl der nicht so moderne Bereich Afrika ist. Wir wollen auch irgendwo mal an Land gehen. Das ist ja echt die Vehikel-Folge heute. Das sieht gut aus hier. Meine Güte. Umständlich man hier hinfährt. Was machen die denn, wenn die einkaufen wollen? Ich weiß nicht, ob die das Konzept hier kennen. Das ist ja auch überhaupt was. Hm? Das sind Fische. Wenn die irgendwie Netze noch mitnehmen. Ich nehme mir irgend so ein Idol mit. Das bringt uns bestimmt keinen Flug oder so. Nein. Was ist denn jetzt los? Super Mario Zombies. Oh Gott. Das war jetzt aber ein bisschen schützlich. Oh Gott. Das sind aber ein bisschen viele. Moment. Das ist doch noch meine Garnate. Oh Gott. Ich hab doch voll die ins Gesicht geflogen. Was? Nur auf einmal. Ich komm überhaupt nicht dazu, irgendwas zu machen. Oh. Oh. Die letzte Mal werfen die. Oh. Hinter dir sind auch mal welche. Die kann ja nur da weg. Oh. Oh. Ich hab schon nicht gesehen, was ich dachten sollte. Ah! Ich bin gleich tot. Ja. Oh, du bist auch tot. Ich war dort. Aber du bist gestorben. Ja, wir sind beide gestorben. Okay. Wie kannst du denn noch Chris schreien, wenn du schon tot bist? Aus dem Grab heraus. Fängt ja wieder hervorragend an hier. Ja, Christian. Ich glaub, unter anderem deswegen gab's auch einiges an Kritik damals. Wegen der Darstellung Afrikas. Ja, da hab ich auch was gehört. Ich hätte überhaupt nicht verstanden, was die jetzt getriggert hat. Auch nicht. Hast du hier irgendwas eingesammelt? Ich hab hier das Ding zerhauen, aber das kann's nicht gewesen sein. Die war doch so ein grünes Grab. Du bist schneller. Oh, jetzt kommen sie wieder. Aua! Da kommt so viele aus allen Richtungen gleichzeitig, ey. Von vorne kann so wenig AP. Deswegen war ich auf einmal gut. Weil getroffen hat er mich eigentlich. Da kann ich nicht mehr. Okay, was schlippt. Oder die Job haben wir zu bringen, was schlippt. Au! Au! Hier kann was denn hier. Manchmal kommt er an, wie so ganz kurz dodge. Ja, aber da müssen wir in der Kasten gar nicht gründen können. F und V vor allem. Von V, das ist ja in der Tat merkwürdig. Ja, wie lade ich nach? Die beschäftigen sich grad mit dir. Ja. Oh, das ist grad irgendwie nicht gut, was hier passiert. Hä? Was? Ich weiß auch nicht. Der hat irgendwie... Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab nur gesehen, wie der an dir rumgeknuspert hat. Ja, ich hab da halt wie wild auf den Knöpfen rumgedrückt, auf einmal war ich tot. Also irgendwie. Ich hab ne ganze Menge Schottkermunition. Vielleicht sollte ich hier nicht damit sparsam umgehen. Nee, das sieht grade so aus, als solltest du damit... Vor allen Dingen auf die Schildtypen draufladen. Mhm. Vielleicht sollte ich dieses Idle doch nicht mitnehmen. Achja, wir haben ja auch noch ein Messer. Hab ich irgendwie schon länger zwei gegessen. Vielleicht sollte ich dir mal eben... Nein, das wollte ich dir nicht geben. Du bist mir eben die Granaten wieder. Ähm. Mache ich, lass mir die noch mal auf. A mit drei. Ich wollte dir eigentlich ein grünes Kraut geben, weil... Du ja schon so ein bisschen verletzt bist, dann könntest du das vielleicht nehmen. Ich geb dir mal die Granate, von denen du schon einen hast, dann stack die. So. Ich könnte eine Proximity-Mine hinlegen hier vorne. Vielleicht wäre das ganz lustig. Stutt. Sonst fliegen wir wahrscheinlich mit in die Luft, aber... Ja, aber... Probieren. So. Du könntest dich eben mit dem grünen Kraut heilen. Ich hab ihm eins gegeben. Mach ich das mal. Jetzt hab ich, glaub ich, dich geheilt. So, jetzt hast du aber das andere genommen. Ich meinte eigentlich das kleine. Ich hab mehr eins da jetzt gehört? Ja, du hast noch ein grün-rotes gehabt und ein grünes. Ja. Ah, das ist so komisch zu steuern hier mit den Tasten. Oh, dann krieg er die mal. Huch, jetzt kommen sie von da oben. Huch, jetzt hab ich mal hier zu dir in die Ecke. Und jetzt? Und? 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 Ich bin von dir. Und? Oh, einer. Oh, einer. Da kommt der zwei. Na, keiner. Hier stehen wir, glaub ich, ganz gut. Nee, na, keiner. Hier stehen wir, glaub ich, ganz gut. Steht doch manchmal, da wird einmal... ...nach vorne. Er hat irgendwie so einen Biegenstock auf dem Kopf. Das ist wie das verbindlich sein. Scheiße, ich dachte da läuft jetzt auch einer hin. Ah Mann! Das ist eigentlich ganz cool, so der Kreuz. Link, links, links. Da kann man sich nicht auf den Weg halten. Ich will da nicht aufheben. Genau, das brauche ich. Oh. Ey, ich hab ihm doch das Gesicht geschossen. Wie, geht doch. Wer ist denn ein Checkpoint? Glaubst du das ein Checkpoint? Ich weiß nicht. Wie Shotgun. Ihr habt ja nicht sehr schöne Farbe. Jetzt hattest du so ein Schild mit mir. Hm. Das ist schon gut. Wenn man da ginge. Ja, für Schönheit werden die auch nicht eingestellt. Das ist recht. Kannst du jetzt gar nichts weiter? Schieb den nicht einfach weg. Oh, hier ist was. Ah, ich hab's geahnt. Das heißt, wir müssen die Dinger hier auf den ganzen Inseln wahrscheinlich schwimmen. Mhm. Huch. Ja, wieviel brauchen wir überhaupt? Richtig vollständig sieht das... Ja, ich hab' den Floorboard. Ich wusste jetzt nicht, wie man da hinkommen könnte. Hm. Ich seh da jetzt nix. Achso, ne. Das ist doch nur Wasser. Ey, hier bin ich ja gar völlig vermischt. Ja, ja, ja. Ich komm' ja schon. Ja, ich hab' kohlen. Ja, jetzt morgens. Oh, jetzt muss ich hier wieder so umständlich rausfahren. Oh, oh. Was ist jetzt los? Oh. Weil jetzt doch du das. Ja, aber ich glaub' die haben das Tor zugemacht. Hm. Gut, ja. Jetzt musst du irgendwas anschießen? Das ist lustig. Ich muss das Treffen gehen. Muss ich kurz streben, oder? Wow, aber die werfen Sachen nach uns. Was ist wichtig? Ich glaub' ich noch mal, ob du nicht mehr nachlehn, ob du nicht mehr zuzen. Das sieht's doch irgendwie raus. Ist erst ein bisschen weiter unten. Ich werd doch mal still. Ja. Ich komm' hier mit dir. Das ist ein bisschen weiter unten. so funktioniert das wenn ein Typ mal schießt, gehen wir tot. Weiß ich gar nicht, was das jetzt sollte. Was machen die denn da? Der ist exkluziert. Was haben wir denn noch hier? Gut. Wir sind da los. Hier kann man auch anlegen. Okay, zumindest mal ein Checkpoint vielleicht. Wir können ja kein Wasser laufen. Räume werden hören. Was kommt hier denn? Der Sieg meint, hier ist hier mehr. Da kommt der Lager. Oh, da ist ein Pokotil. Das ist gar nicht mal so gut. Das ist gar nicht mal so gut. Ignorier die jetzt einfach. Sie tun bestimmt nichts. Aua! Okay, so viel zu, die tun bestimmt nichts. Ja. Ja. Gut, ähm. Ich muss meine Pistole upgraden, damit ich... Da habe ich sie auch bekommen. Na ja. Oh, ich kann die... Ah doch, ich kann die noch ganz oft upgraden. Oh nein! You can't upgrade any further right now! Fuck you! Will ich aber... Scheiße! Ja, ich habe noch ein paar Pistolen verbrochen. Ja, gib mir mal ein paar. Ach, wir können ja keine Stacks teilen, ne? Immer nur hinter. Hm? Was ist denn jetzt passiert? Habe ich dir irgendwie... Hä? Weiß nicht. Jetzt habe ich dir alles gegeben. Egal. Ich denke, ich will die nicht ausrüsten mit Pistolen. Ich laufe jetzt einfach durch. Ja. Du denkst mir schon so gut kapiert. Da war es ein bisschen eng. Das war eigentlich nicht, wo wir hin wollen. Ne, nehmen wir mal an... Da rein. Weil die Karte... Führt irgendwie dahin. Eigentlich ist nur Leid. Hallo. Musik wird einfach auf. Hier oben läuft es. Ja, ich habe es gehört. Ach du Scheiße. Hier will ich aber nicht rum sein. Ja, Moment. Hier. Oh nein. Da mach doch auch Raunt aus. Das war doch ein schöner Salto ... Den der gemacht hat. Yay, ein Ei, ich will gleich mal essen, wir können mal auf Tappen, um das Menü aufzumachen. Ich denke schon das Geräusch, was die macht, bei mir ist. Aber ich höre sie anders genauso. Oh ne, wenn ich abgeklopft, wir können auch einfach abhauen jetzt. Oh, das bist ja gar nicht du. Oh, aber schnell abhauen. Jetzt hab ich die Shotgun-Munition aufgesammelt, Leute. Oh, ich glaube, es ist er hier tot. Ja, ich wollte dir noch irgendwas geben, ich wollte das hier mischen, so. Und ich geb dir mal die Pistolen und so. Ja, was, das heißt so, dann brauchen wir noch mehr, das wär jetzt gut zu wissen. Äh, kann man hier irgendwie so in so ein Sondermenü gehen? So, ich seh da sechs Seiten, dann könnte da vielleicht ein Sechseck groß sein. So, ich muss noch zehn klauchen. Oh, oh. Oh, oh. Äh, das ist das gute. Da ist ein Schatz immer. Die Pummel hat sich auch gerade gesehen. Die fressen einen, ja, in einem hab's auf. Daher laufe ich lieber schneller. Ja, ich hab's ja schon mal. Check-checkpoint. Die Karte auch. Also da oben ist auch noch irgendwas. Mit R1 machst du die, wobei du hast ja auch keinen R1. Ich weiß gar nicht, warum du die Karte aufmachst. Vielleicht mit M, ja. Ich geh jetzt einfach auch nochmal an Land, weil... Irgendwas muss es ja auch noch Schönes geben. Und dann. Ich hab's ja auch noch einen Karte auf. Was ist das da oben? Oh, das habe ich gefeilt. Das ist ein bisschen komisch geschieht, du. Welcome. Das Munizone wird dann, ja. Ja. Die Maschine, die Sondermen. Die Maschine. Die Wichtige gegeben? Okay. Hand-to-hand-Combat. Das ist mir doch eigentlich schon. Das ist mir doch eigentlich schon. Where you shoot the enemy, Armhead, Leg, etc. will determine, what type of attack you can unleash. You can start with a Hook or Twist Kick for Sheva and chain other attacks to it. Wie soll das hingehen? Wie geht das denn? Ja, mach auch mal auf, dann siehst du da so Bilder. Das Dokument hier. Wobei, ich steh wahrscheinlich davor. Das sieht aus, als könnte ich einen Hook machen, dann kannst du mit dem Knee hinterher und dann mach ich Haymay. Also können wir irgendwie so hin und her? Weiß nicht, das klingt zumindest lustig. Mhm. Ich wollte das erstmal hinkriegen. Wenn dann 20 Typen aus allen Richtungen gleichzeitig kommen. It's still hot. What is it being used for, I wonder? Tja. Das ist ne kleine Hütte. Tja. Das ist ne Huhn. Oh, das heißt auch mein Geigel, ne. Sehr gut. Das ist ja auch sehr gut. Das ist ja auch sehr gut. Mal interessieren, wie viel du dann kriegst. Okay, die gibt's in 10 hast du. Boah. Das wollte ich doch gar nicht. Egal. Hast du halt 14. Kann ich auch gern zurückgehen. Oh, ne. Kann ich nicht, wenn du zurück weg bist. Ich seh auch schon mal mit der Sniper. Da oben sind irgendwelche Kisten. Ne, wette. Wir müssen uns hier gleich wieder rauskämpfen. Oh, das sieht etwas so aus. Aber bisher passiert gar nichts. Das ist ein bisschen verdächtig. Oh. Assist Jump. Oh, nein. Geht's ja noch hoch. Ah. Dann geht's jetzt wahrscheinlich los. Hm. Hier noch Milch beieinander holen. Mach ich erstmal hier noch alles kaputt. Hilfe, Hilfe. Nein. Nicht noch Geld. Okay. Ah. So. Ready. Ja. Ja. Okay. So. Okay. Oh. Wer hat's gedacht. Kein Vorbelauf. Noch eine Granate. Noch eine Granate. Noch nicht genug. Oh. Aber ist ja auch einer. Der sieht dann schon eklig aus. Immer ein bisschen Snapper. Das hat mir getan. Komm ich noch zu dir. Oh. Oh. Das hat mir getan. Komm ich noch zu dir. Oh. Oh, geil. Ja. Dann kannst du weiter snipen. Ich bin nicht mit so viel Munition. Mal gucken. Oh. Hi. Ich sehe auch wie lange. Das ist nur aus dem Sperr und Peter. Für die. Weil der ist doch so viel Platz. Glaube ich. Ja. Den sehe ich aber kaum. Vielleicht kann ich das nicht mehr vor. Ja. Blocken. Dann treffe ich sie nicht. Da ist er. So. Jetzt kommen neue Schildtypen. Zwei. Kann ich nicht gut snipern. Wenn ich nicht gut meinst. Kann ich eine neue Speertypen nehmen. Oh shit. Dann schieße ich nur die Maske vom Kopf. Das ist ja klar. Ja. Und dann muss man noch mal schießen. Ja. Okay. Dann sollte ich dann nicht auf den Kopf kommen. Ich würde gerne meine Insinn-Dings-Dings-Granaten benutzen. Aber. Haha. Da ist noch einer. Ja. Ich muss jetzt so husten. Ein normaler. Da habe ich meinen Kopf geschossen. Dahinter ist noch eine. Sie hätten die. Da sind Dinge auf dem Kopf. Die kann ich nicht gut snipern. Ah. Das muss ich erst. So. Jetzt. Ich werde das wegschossen. Ich laufe ein bisschen kalt. Der ist aber schnell und kräftig zu mir nicht. Vielleicht krieg ich ihn ja. Au, ey. Kommt noch ein Mensch. Oh, oh. Aua. Könnt man auch wieder ein bisschen mal heilen? Das war jetzt ganz cool mit dem Snipern da oben. Ich hab' kaum wen getroffen. Soll ich dich mal heilen mit irgendwas? Ja, das ist ein bisschen problematisch. Vielleicht können wir gleich was kaufen. Aber dann ist unser schönes Geld direkt weg. Könnt man das kaufen? Ich hab das gar nicht gesehen. Na, man kann sonst Spray kaufen. Hier blinkt was an der Maske. Oh, hier auch. Dann haben wir vielleicht gleich wieder ein bisschen mehr Geld. Ich bin jetzt unschlüssig, ob ich mir ne neue Pistole kaufen sollte, oder? Ich hab eigentlich in meine andere jetzt schon so viel Geld reingesteckt. Ja, das Problem hab ich hier auch. Theoretisch ist da noch ein Punkt, wo wir gar nicht waren. Ich guck mal eben, ob's da irgendwas... Was ist denn so? Ist der, der gelb leuchtet? Nee, da ganz hinten. Ist auch ein Schiff? Moment, was ist denn mit dem Schiff? Was ist denn mit dem Schiff? Ja, ich hab' ich auch gar nicht eingedäht. Ja, ich hab' ich auch gar nicht eingedäht. Ich hab' aber nur ich gekriegt. Das war eigentlich krass, um schnell zu messen. Der ist jetzt... Der Raketenwerfer wurde gerade automatisch dahin gelegt, wo ich Granaten bisher immer gehabt habe. Das hab' ich jetzt mal schnell rückgängig gemacht, sonst... Wenn ich nachher ne Granate werfen und... ... brauchst du sie den Raketenwerfer einahnen. Ich bin immer in der Hand in meinen Dippen gerade. Hä, Skato? Sicher? Quick Slash Tee, da. Oh. Ja. Okay. Wüsste ich ja im Moment. Wüsste ich aber gerne, was das bei mir ist. Weißt du das? Ich glaub, ich hab' keinen Quick Slash. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Panks. Panks. Okay. Warum sagt sie manchmal Panks? Boah, eigentlich wollte ich da hinten hin. Da. Ja. Das ist ja blöd. Blöde Effekt. Einen Raketenwerfer hätt' ich gerne bei diesem dummen El Gigante gehabt. Hm. Ja man, ehrlich. Da kommen bestimmt gleich zwei von drei kommen wieder im Wasser. Gehen wir erstmal hier hoch. Und da gibt es... ...eine Liste mit... ... und noch so neidl. Oh, da ist tatsächlich... ... irgendein Schatz im Wasser. Da ist aber auch wieder ein Krokodil im Wasser. Ne, da sind Fische. Wir hatten gerade einen... Wir hatten gerade einen Checkpoint. Das ist quasi nicht so schlimm. Da sind Fische im Wasser. Ja, da sind Fische. Ich beobachte das mal. Ich kann mal bestimmt abschießen. Ich hab gerade einen abgeschossen hier. Ich bin nicht hochklettern. Ich wollte wieder runter. Okay, der Fisch gibt nur Geld. Wie das so im echten Leben ist mit Fischen. Ich hab was. Oh, hier liegt was. Der Leiter. Oh, da. Das war's. Weil wir nur nur kleine Schatz sind. Come on! Ich kann das nicht machen, wenn ich auch nicht war. Der Hügel. Aber ich kann das dann auch machen. Oh, okay. Ich kann auch Switch... Switch Spots machen, aber... Das ist ja direkt hier vorne. Ich hab jedes Mal, wenn wir aufs Boot eingestiegen sind, das Tutorial bekommen. Und jetzt, wo ich am Steuer sitze, krieg ich's nicht mehr. Der hat echt kein... Keine Geduld. Noch was? Ah, hier können wir jetzt unser Sechzack einsetzen. Genau. Wir haben nur gerade hier so ne verdächtige Hütte recht. Oh, fang ich schon mal an. Wir müssen nämlich hier ins Ding ein Klug einsetzen. Oh, natürlich. Sonst gibt die jetzt mal ein Checkpoint. Gibt die jetzt mal ein Checkpoint? Was für ein Quatsch? Oh, es bin open. Naja. Irgendwie nicht. War gut.